Hartz, äh, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Crazy Fishing VR. Und, ach man, ey, ich hab meine Route nicht unter Kontrolle. Der alte Mann hat die Route nicht unter Kontrolle. Guck mal, ich kann hier so rein. Hallo, Banyo-Fisch. Oh. Hallo. Oh, der Fernsehfisch. Aber ich kann sie alle nicht greifen. Der Bombenfisch. Okay, wir gehen hier raus. Ähm. Wohin des Weges? Alter Mann. Naja. Halt da lang. Brr, so. Ach so, ich muss mal eben... Meine Tasche ist irgendwie ein bisschen weit hinten. So, ähm. Guck mal, ich hab hier noch einen Glockenfisch und so einen Schwertfisch. Ach so, aha. Ich steh halt auch immer kacke. Beziehungsweise die Tasche dreht sich nicht mit. Ähm. Dann gehen wir doch mal da lang. Ach so, ich wollte noch einen Pilz mitnehmen, weil mit dem Pilz... Was war das? Liegt da auch noch ein Fisch? Hm. Naja. Hast du, ich hab hier... Hab ich hier Platz? Ich geh erst die Fische verkaufen. Ich hab noch ein Glöckchenfisch. Guck mal, da liegt schon wieder ein Schlüssel. Und da liegt eine Schatzkarte. Sag ich mal die Schatzkarte? Äh, oh nee. Das da bitte... Kann ich das bitte abmachen? Bing. Neuer Haken, danke. Das da hätte ich gerne. Haben wir denn da? Oh, Schatzkarte. Ja, guck einer an. Na, den Schatz hab ich schon. Ist das hier der Wasserfall? Das da könnte so sein, ne? Im Wasserfall. Wir müssen irgendwie in den Wasserfall kommen. Okay. Ansonsten... Ansonsten nichts. Kann ich damit was fangen. Gibt mir Bock auf eine Schatzkarte? Komm, nom, nom, nom. Komm. Komm, Schatzkarte. Lecker, 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 lecker. Da ist einer, der will man... Ne, ich doch nicht. Naja. Ach, weiß ich so. Da hat man mal Sachen vor. Aber ist ja egal, weißt du? Wir sind ja beim Angeln. Das ist ja zur Entspannung. Ähm. Hallo, Glöckchen. Äh. Irgendwie stimmt mit dem Fisch. Was nicht? Okay, äh. Ich glaube, es ist besser für dich, wenn wir dich schreddern. Äh. So. Und dann nochmal das hier. Ach, guck mal. Nochmal ein bisschen Bargeld. Bonus. Oh, guck mal. Damit kann man mit dem Geld auch Fische fangen. Ja. Hey. Vielleicht fangen wir uns den Keystore. Ach, da brauchen wir das hier. Nice. Cool. Aber wir haben ein paar geile Köder. Ähm. Ich hab noch ein paar... Ich hab noch einen Platz für Pilze. Hallo, meine kleine Pilze. Ähm. Einmal einstecken. So. Äh. Ich wollte gucken, ob ich vielleicht... Oder kann ich... Komm ich wohl da rum? Vielleicht gehen wir einfach mal hier lang. Hä? Ist doch eigentlich keine so schlechte Idee, mal hier so lang zu gehen. Haha, meit. Hier liegt... Irgendwo... Achso, das war aus dem Haus. Hä? Das sind Bienen. Kann ich den Bienen ihren Honig nehmen? Äh. Ne. Anscheinend... Anscheinend nicht so. Honig doch... Oh oh. Oh, da war ein Schlüssel drin. Nice. Ich brauch Platz für einen Schlüssel. Was ist hier mit dieser Tablette? Oh, was ist denn los? Wo ist der Schlüssel hin? Haa. Macht hier irgendwer. Mann, wo ist der Schlüssel hin? Oh, cool. Seht euch mal den geilen Hut an. Haa. 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 So. Hm. Na, vielleicht fangen wir noch einen Schlüsselfisch oder so. Ich nehm das Ding einfach mal mit. So. Ah. Hier hab ich was entdeckt. Was ist das? Ah. New Location spotted. Das sieht doch hübsch hier aus. Ach, guck mal da. Da liegen irgendwie Froschschenkel. Hm. Hm. Froschschenkel. Ähm. Könntest du bitte erstmal dich hier irgendwo hinstellen, wo wir dich nicht unbedingt im Weg stehen haben? Äh. Ja. Neuer Spot. Sieht aus, als würde er wollen, dass wir uns hier hinstellen. Was gibt's denn hier so für Fische? Hm. Okay. Hier liegen überall Froschschenkel. Guck mal hier ist noch so ein Eimerchen. Was ist in dem Eimer? Oh, nichts. So, Froschschenkel, Freunde. Ah. Machen wir erstmal einen rein hier. Jetzt wird's mal langsam Zeit, dass wir was fangen. Kreisgemütlicher Angelausflug hier. Ich hab große Pläne. Oh, da zuppelt was. Ja. Okay. Äh, 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 äh. Sei mal nicht so brutal, Alter. Oh, oh. Er geht auf Land. Er geht... Er läuft trocken. Der läuft trocken. Den holen wir uns. Ey. Oh. Oh. Yes. Ah. Catched it. What is this? Ein Basketballfisch. Yeah. Jetzt play. Alter. Äh. Moment. Könnt ich dich in die Tasche packen kurz? Ich brauch mal hier... Ich brauch mal ne andere Hand. Zieht euch den Fisch. Yeah. Der Basketballfisch. Richtig cool. Kann ich mir eigentlich den Hut vom Kopf holen? Warte mal. Achtung. Nee. Oder? Nee. Wo ist der... Wo ist mein Fisch? 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 Der Basketballfisch ist verschwunden. Ich hör ihn noch. Ach, da. Ach, Gott sei Dank bist du noch da. Hey, kleiner Fisch. Das ist voll unangenehm, weil die Tasche hier an meinen Eiern ist. Äh. Musst ja immer hingreifen. Zum Glück schaut keiner zu, hä? 7,75 Kilo. Krieg ich den. Oh. Oh. Haha. Nice. Ja. Hahaha. Ey Leute, das ist ja mega. Das ist mega. Sollen wir dich verkaufen, oder? Ey. Ey, ey. Naja, komm. Ehrenangler. Ehrenangler. Ähm. Ich versuch's mal hier mit so ein paar Dollarscheinen, hä? So, Kisjoa. Wenn er irgendwo hier im Wasser ist, dann kommt er jetzt. Angeschwommen. Hahaha. 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 Na komm, wer will das Geld? Da hinten sehe ich noch eine Schatztruhe stehen. Überall Schatztruhen. Aber nicht genug Schlüssel, irgendwie. Einen hab ich grad verloren, weil ich dem Lacko bin, Alter. Na komm, will keiner? Hm. Langsam durchs Wasser ziehen. Vielleicht hat ja doch einer Lust. Komm, Leute. Bisschen Geld? Keiner, mein Bargeld? Ah, das war schön. Das war ein schöner Wurf wieder. So langsam hab ich so ein leichtes Feeling dafür, ne? So langsam versteh ich den Sinn. Aber ich glaub, hier gibt's... Oh. Oh, da hat was. Da hat was gesnackt. Au! What the... Shit. Komm, nochmal. Den. 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 Heftig. Komm, komm, Dickerchen. Irgendwo da draußen ist ein kapitaler Fisch. Der will meinen Köder. Oder vielleicht auch nicht. Hä? Komm, komm. Du da. Ich seh dich. Ich seh jemanden anschwimmen. Ja. Da nippelt einer. Und da hat er. Oh, oh, oh. Oh, verarsch mich nicht, ey. Oh, 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 oh. Meine Route biegt sich. Oh, 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 oh. Oh, die Vibration ist hart. Da müssen wir ein bisschen tänzeln. Den können wir nicht... Da gibt's kein leichtes Pullen hier. Aber du siehst halt immer... Ich muss immer so ein bisschen auf die Route achten. Na, komm, komm. Was auch immer du bist. In meiner Sammlung ist noch Platz für dich. Yeah. Legendary. Der Ocarina-Fisch. Alter. Der Ocarina-Fisch. Leute. Alter, hammergeil. Ah, wie cool. Warte mal, kann ich den jetzt... auch in die Hand nehmen? Warum versuchst du dich selbst zu pusten, Ocarina-Fisch? Hör auf damit. Warum ist dein Kopf so verdreht? Na? Kann ich pusten? Okay, äh... Alter, der Legendary Super Ocarina-Fisch. Was machen wir damit? Schreddern oder verkaufen? Vielleicht kriegen wir, wenn wir ihn schreddern, richtig geile Köder. Hm. Ich geh erstmal da rein. Bro. So, wir wollen hier die Route wieder wechseln. Nicht, dass er mir wieder abhaut. Einer schreddern oder verkaufen. Sein letztes Lied. Au. Wow. Okay, Schenkelchen. Nehmen wir einen mit, hä? Keys can open treasure chests. Sehr toll. Super. Nehmen wir mit hier. Vorschenkel. Und so eine Pille. Wow. Was ist jetzt los? Alter. Das spielt hier durch, wenn man Pillen frisst. So, nochmal ein kleines Schenkelchen, hä? Standard-Hook. Auf, auf. Zack, zack. Bring me some good fish. Oh, yeah. Oh, da zippelt was. Da zippelt was. Jetzt haben wir ihn. Okay. Okay. Komm schon, ich brauche mal wieder was zum Verkaufen. Was ist da unten los? Okay, langsam, langsam. Ah. Ja, ja, ja. Ja, ja. Oh, 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 oh. Oh, der ist heftig. Oh. Oh. Er legt sich auf den Boden. Und er denkt. Ja, ja, ja. Jetzt gibt er nach. Er ist schwach. Er ist schwach. Uh, noch ein Legendary. Alter, das gibt's doch gar nicht. Ich fang ein Legendary nach dem anderen. Haha. Ein legendärer Tag, Freunde. Also, wenn das nicht mal ein super Legendary. Kann ich damit irgendwann schocken? Kann ich den als Köder verwenden? Haha. Stunning Fisch, ey. Richtig nice. Na komm. Verkaufen. Ich muss mal wieder ein bisschen was verkaufen. Tausend. Boah. Pervers. Legendary Days. Hm. Hier sind Bretter. Ein paar Brettel. Und noch eine Truhe. Ah, hier kannst du nicht so geil angeln, weil hier... Ich bin hier unterm Knochendach verborgen. Wir müssen auch nochmal irgendwann in den Zauberwald, ne? Da hinten ging's auch noch irgendwo. Da ist noch eine geheime Köder-Maschine. Da geh ich gleich mal hin. Oh, guck mal. Hier ist so ein Candy Bar. Hm? Schmeißen wir gleich mal rein. Schmeißen wir doch gleich mal rein. Vielleicht beißt ja einer an meinen Sweet Candy. Bite my Candy. Bite, bite my Candy. Oh. Ohohohoho. Dicker Bro. Das ist ein Dicker. Komm schon, hä? Ich schau mal nicht nach den Kilos. Yes! Oh. Naja. Ne? Wen haben wir denn da? Elf. Neu. Shooterfisch. Bam, 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 bam. Was ist das da? Guck mal, der sieht aus wie ein Goldini. Hier unten ist ein Fisch, der sieht aus wie ein Goldini. Goldini. Okay. Hau ab, Fisch. Ich brauch Köder. Noch mal einen Froschchenkel. Alles klar. Ich hätt gern so ein Goldini. Also heute in der Session kann eh nichts mehr. Also ich hab zwei Legendaries gefangen. Mal eben. Oh, da zippelt einer. Bestimmt der gleiche. Aber er ist so tief da unten. Deswegen ist er vielleicht... Na komm. Der hängt da. Der hängt da. Ach du Scheiße. Was haben wir denn da? Was ist denn das? Da ist ja gar nichts mehr dran. Steckt da unten. Boah, guckt ihr das fette Ding da an. Was ist das für ein Monster? Oh. Ach ne. Ich dachte schon. Boah, guckt euch den da an. Der sich da immer aufpumpt. Äh, ich brauch irgendwie noch Lego. Lego ist der Schlüssel. So. Hey, ich will einen von diesen... Ach, hier ist noch so ein Electro-Fischl. Devil Legendary. Hey Leute, da unten liegt ein Lego-Stein. Da hat einer gewissen. Da hat einer wieder... Das ist wieder derselbe von vorhin. Der will sich wieder da... Seht ihr? Der will sich da... Nochmal so ein Electro-Boy, hä? Oh, aber... Oh, du bist aber schon ein Größerer. Hey, hey, hey. Hey, hey. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Zappel Philipp, hä? Guck mal, was haben wir da? 9,96. Rare. Hm. Vielleicht kann ich dich da hinten irgendwo schreddern. Hä, habt ihr nicht gerade auch irgendwo hier so einen geheimen Automaten wieder gesehen? Was ist das denn hier? Guck mal, ein Mini-Schlüssel und eine Mini-Schatztruhe. Da hinten war ein Automat. Brauchen wir Schrumpfpilze später. Also Maxi-Pilze. Ähm. Guck mal hier. Ein Rubik's Cube. Wie viel Geld habe ich denn? Nice. Alter, damit muss ich doch was Dickes fangen, oder? Aber den nehme ich, glaube ich, mit in die Höhle. Das würde zumindest am meisten Sinn machen, oder? Wenn wir jetzt so einfach sagen, hey, wir gehen voll geil in die Höhle. Hm? Was haltet ihr davon? Ähm. Alle wollen in die Höhle. Hier sind überall noch Dinger. Ich brauche noch Schlüsselfische. Müssen wir mal schauen, wo wir die herkriegen. So. Ähm. Ding, 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 ding. Zack. New Location. Up in den Cave. Wow. Okay, wir können wieder schrumpfen, bitte. Ich bin so ein Riesentyp. Oh, eine Taschenlampe. Was ist das? Deep. Oh, guck mal hier. Alter. Was hier rumliegt. Alter, hier können wir richtig Fische fangen, oder was? Cave. Mir fehlt immer noch ein so ein Epic Dude hier, ne? Das war jetzt ein bisschen gay. Ah. Komm, komm, komm. Ja. Ach, sehr schöne Landung. Sehr schöne Landung. Gefällt mir gut. Zentral. Hm. Und? Wer will die Dollars? Wer will die Sachen? Oh, da zippelt einer. Zippel, zippel. Klack. Da hat er gebissen. Ah, der kommt ja schon auf mich zu direkt. Der will ja. Oh, lass mir ran da. Ich glaube, das war so ein Glockenfisch, oder? Ja. Das war Glockenfisch. Okay. Kann ich dich schon mal hier irgendwie... Kann man bestimmt auch geil... Geil shreddern hier, den alten... Ey, da kommt es ja gar nicht dran. So, guck mal, haben wir noch ein paar Dollarscheine. Und bitte. In the cave, in the cave, in the cave. Oh, hier. Höhlenmalereien. Da oben wächst was. Beim nächsten Mal drücke ich auf Dieb. Ah. Oh, wer hat den? Wer hat den Dollar sich genommen? Wow, wow, wow. Schwertfisch? Könnte so ein Schwertfisch sein, hä? Boah. Alter, was... Noch einer! Der Legendary Logofisch! Ey, ich komme nicht mehr zurecht. Alter Schwede, der Logofisch. Zieh den euch rein! Der Hammer! Der Hammer! Der Legendary Logofisch! Haha! Was ist, wenn ich den verticke? Was kriege ich denn da? Oh! Zwei Dollar da. 200 Dollar. Krasser Shit. Haha! Aber was ein Monster, hä? Das war ein Brecher. Komm. Hier ist gutes Gewässer, hä? Wer will den Barren? Oh, da ist ein Schlüsselfisch gewesen. Ah Mist, zu früh gezogen, oder? Da jetzt. Yes! Schlüsselfisch, Schlüsselfisch. Wir brauchen einen Schlüsselfisch. Glockenfisch, Glockenfisch. Oh nein. Komm her! Häng nicht da! Oh nein. Er ist hier unter dem Felsen. Er ist unter dem Felsen gefangen. Shit. Hm. Komm, raus! Ne, irgendwann muss er einmal abreißen hier. Der Strunk. Komm! Wo bist denn du? Okay, irgendwo hängt er da. Irgendwo hängt er da. Kreis kriegt einen Schleudertrauma. Komm jetzt! Oh, was ein Typ hier. Hä? Yes! Oh, toll. Nur für meinen Haken habe ich das gemacht. So, guck mal. Platsch. Nix. Ich dachte, ich ziehe den Haken einfach durch einen Fisch. Mal so wie hier vorne. Good cast. Guck mal! Der wird doch nix! Yes! Yeah! Ohne Köder! Ohne Köder! Ohne Köder, Baby! Was ist das? Wow! Alter! Eine Ratte? Ein Katzenfisch! Oh! Ein echter Katzenfisch. Katzenfisch. Wie cool. Miau! Katzenfisch! Katzenfisch! Äh, Entschuldigung. Entschuldigung. Hahaha. Tut mir leid. Oh, Käse! Cool. Käse. Guck mal jetzt. Standardköder. Ich hole die da raus ohne Köder. Ich mein... Hallo. Mr. Angelmann. Yes! Da haben wir den nächsten... Was war das denn? Ach, Kackloch! Entschuldigung. Mist. Hahaha. Das ist ein Bombenfisch. Können wir damit nicht... Ah, Mann. Ey, da hinten! Komm! Komm! Es fehlt doch nicht so viel. Ach, Mist. Ey, guck mal, hier ist noch ein brauner Pilz. Kann der was anderes? Kann der was... Ne, kann ich gar nicht nehmen. Hm. Scheint ja alles sehr merkwürdig zu sein. Oh, Mann. Okay. Freunde. Ich würde sagen, beim nächsten Mal drücken wir den Knopf. Diesen Knopf. Den goldenen, in der Höhle leuchtenden Superknopf. Setzen uns dafür diesen Zylinder auf. Das ist der Plan für die nächste Folge, glaube ich, Freunde. Oder? Ja. Es war mir wie immer eine große Ehre. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und, äh... Ja. Wir werden nicht vergessen. Ne? Hier. Den Daumen. Kann ich den irgendwie hoch machen? Ne, kann ich nicht. Aber ich zeige euch, wie der aussieht. So sehen die ungefähr aus. So, Freunde. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Reingehauen. Toe säga nom for Gutes. Boa. 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 Boa give Dynamo. Vielen Dank.